In the next 60 minutes for the next hour, just post your questions to Michi, ask her whatever you want, she will answer. I hope so. So there are more possibilities, you can of course ask your questions in English, we will try to answer them in English and you also can ask in German. Und dann werden wir auf Deutsch antworten, wenn die Frage auf Deutsch kommt. Alles Wichtige werden wir natürlich übersetzen, aber damit Michi zum Tagesgeschehen. Heute am Sonntag, Renntag für dich. It was a race day for you, the super combined race in Altenmarkt-Zauchensee. It was a great race, you were second at the end. So tell me, how are you feeling now, six hours after the prize giving ceremony? Ich war schon sehr überrascht, dass es eigentlich noch wirklich für das Podium gereicht hat, weil auch nach dem Slalom, ja, durch das, dass ich doch meistens eigentlich die erste Slalom-Spezialistin bin, die dann in der Kombination im Slalom startet, ist der Vorsprung, bin ich es gewohnt gewesen zwischen eineinhalb bis zwei Sekunden. Heute bin ich ins Ziel gekommen, in fünf und fünf Sekunden. Dann habe ich mir gedacht, das war es nicht, aber ich bin Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden. So, Michi just told us, this result today was a little bit of surprise. One and, wie war der Rückstand genau? How many seconds have you been back? One second, 50, hundreds back after the Super G. So, a lot of time, but she did it and raced very, very good in the Slalom, in the second run. And, what I thought about, before we come to the questions, just one question to this day. Now we have, it's 8 o'clock, it's 8 p.m., the race started at 9.30, so a race day for you, it's really long, isn't it? Es ist lang, ja, also, Tagwache war heute um 6 Uhr, Frühstück, dann gleich reingefahren, Besichtigung, dann kurz nachher in die Hütte aufwärmen. Danach ist eben der Start von Super G gewesen und nach dem ersten Teil macht man oft ein bisschen Pause, isst eine Nudelsuppe oder Backerfssuppe in meinem Fall heute. Und dann fokussiert man sich gleich wieder und geht einfahren für den Slalom und motiviert sich nochmal, wärmt sich nochmal gut auf und gibt dann volle Attacke. So, it's been a very long day, starting at 6 a.m., then going over breakfast, the first run, and I don't know exactly how to translate Backerbsensuppe in English, but you can google it. Backerbsensuppe. Okay, it's a, let's say, traditional soup in Austria. Do you like Backerbsensuppe? Yeah, I like it. It's your favorite soup. No, my favorite, it's Friedartensuppe. So, Friedartensuppe, it's pancake, cut it, sliced, thrown into a pot of soup. Yeah, it's pretty good. She loves it. Yeah. Okay, let's start with the first questions. Of course. Of course, you can write it, you can write your questions in the next hour and we just collect them and then we'll ask Michi Kirchkasser whatever you want. The first question, Kirchi, is from Alia. Good evening, Alia. Hello. Hi. She likes to know, first of all, your ski very good today. How are you, Michi? I'm pretty fine, thanks. So, it's, yeah, it was a great result today and I'm really happy with them. I was a little surprised, but, yeah, it's just feeling great being back on the podium. Sarah is asking the next question and she wanted to know, how did you feel on the start today? Today it was, yeah, before the Super G I was really aggressive and I want to attack the Super G because it's, it's not easy for me with, yeah, really less training to go pretty fast, but I think I did it pretty well. So, it was much fun and before the slalom I was a little bit much, maybe too much nervous because after the inspection we really don't know if, how it would be to ski. It's like, it was pretty wide distance between the gates and we don't train it pretty much like this, so, yeah, but good. It was not that bad, the slalom, but it could be better, so. Marie-Michelle Gagnon, the winner of today, told me her routine of a normal race day, some kind of ritual. And also, Michael from Düsseldorf, good evening, Michael, wants to know, Michi, may you can tell us your routine of a normal racing day. What do you do in the morning or before the start? In the morning I stand up and then I go to breakfast. Okay. Pretty much the typical stuff in the morning, then it's, it depends when the start time is and when it's get a little bit more light in the morning from the inspection, it depends from the time if we do the warm-up before the inspection or after. By the way, your English is quite good. Thanks. Thumbs up. And then after the warm-up or inspection we go back into the restaurant just for warming up again and then we go to start and hopefully make a good race and then we can go to press conference and everything and normally also do doping control. So, yeah, it's quite a long day. So, no special things like the five minutes before the start, they have to be always the same or like Marie-Michelle Gagnon makes yoga in the morning, something like that? No, not really. It's just, just like it comes. So, the last minute before the start, what do you do? I try to don't speak. But it's pretty heavy. Because it's, you know, it's always when I speak I don't get that nervous. Yeah. And then the last minute I really try to focus. And when I'm not speaking and I really try to concentrate, sometimes when I don't know exactly how I should ski them, I really get nervous and that's not so funny. Mm-hmm. The media, the last year, always were talking about Michi Kierkassa as a nervous kid. How often are you nervous, really nervous before the ski race? I think I'm always nervous, but not too much. I think a little bit of nervous is good for the tension in the body and also for the race. But when I'm really, really nervous, then it's because maybe I'm not sure how I should ski or I'm afraid of it. So, yeah. So, yeah. Next question from you comes from Josef. Sepp, servus. Hi. Josef, nice to have you here with us. Michi, how do you handle the pressure to race in Austria? Today we have a race. We had a race in Altmark-Sauchensee. On Tuesday you're racing in Vlachau. Does racing in Austria mean more pressure for you? It means more pressure, but I think I need it sometimes. So, I really like it. I really love it to race in Austria. And it's just a great audience, really great acoustic at the start when you stay in the start house and you hear really the noise from the finish. It's great and it's just fun skiing there. And maybe it's easier for me having more pressure because, yeah, I don't know, it's, I like it to have more pressure. Okay, so I wish you really much pressure on Tuesday. Sabrina schreibt uns, nervös, Fragezeichen, Olympianarts. Wir halten dir, liebe Michi, fest die Daumen. Ja, danke schön, Sabrina. Ja, nervös, eben, wie gesagt, ab und zu braucht man schon eine gewisse Nervosität, weil sie eben die Spannung bringt, die richtig wichtig ist, einfach so eine gewisse Rennspannung, solange es eben nicht umschlägt im Sinne von, dass man einfach dann beängstigt ist, speziell wenn die Pistenverhältnisse schlecht sind und man dann auch nervös wird, weil man nicht ganz weiß, schafft man, schafft man es nicht, die wirklich genau Probe bringen, ist es nicht so viel Vorteil, wenn man sich einschüchtern lässt. Aber im Großen und Ganzen brauche ich ein bisschen Nervosität. Weil die Frage gerade in Richtung Olympia gegangen ist, vielleicht kannst du uns kurz schildern, was bedeutet für einen Sportler oder für dich, was bedeutet Olympia, die Olympischen Spiele für dich? Ja, die Olympischen Spiele sind halt immer wirklich nur alle vier Jahre und es ist speziell in Österreich doch schwierig dabei zu sein. Und man so eine eigene Konstellation sieht wie heuer, dass es speziell für Spezialisten wahrscheinlich gar keinen Platz geben wird und man auch mit nicht guten Resultaten wahrscheinlich zu einem Einsatz kommen kann, ist natürlich schon ganz das eigene. Im Endeffekt ist schon jeder Sportler so, dass es sich auf Olympische Spiele freut, dass es natürlich ein Ziel ist, aber dieser Gedanke mit dabei sein ist alles, der ist ganz ehrlich für die Fisch, weil im Endeffekt, wenn du da bist, dann möchtest du eine Medaille machen, weil für das arbeitest du ja hin und da bringt das dabei sein ist alles dann nichts. Ja, das wäre zwar schön und gut, wenn man es sagen kann, aber nichts ist. Chris stellt die nächste Frage. Heimichi, Beistrich, wie geht es dir? Danke, alles bestens. Es ist sehr nett da jetzt und ich freue mich, dass so viele Fragen herinnen kommen und mir dachte, es ist echt eine coole Stimmung da. Sie schlägt noch nicht? Nein, noch. Übrigens, hast du Kuscheltiere? Do you have some kind of parts at home? Ich habe eine kleine Mikroku und ich habe den Sit from Ice Age. Sit from Ice Age, which kind of animal is it? Das ist das Volltier. Okay, okay, okay. Sit? Sit. Okay. Es ist mir gesagt, das passt zu mir. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Michi, wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf, fragt Chris. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre zufrieden, würde ich lieben. Also ich habe das heute schon einmal angesprochen. Saison 2013-2014. Saison 2013-2014. Die streiche, die ist 2013er. Das war einfach nicht wirklich das Gelbe von mir. Das war eigentlich gar nichts. Es war einfach wirklich sehr viele Ausfälle und es war für mich schwierig, dass ich mich immer wieder fokussiere und jetzt rennen neu attacke und wirklich voll angreife, weil man einfach dann weiß, irgendwann, man fängt im Unterbewusstsein durch das Bremsen an, damit man ins Ziel kommt. Und ich habe dann einfach mit Silvester gesagt, okay, neues Jahr, neues Glück und bis jetzt läuft es ganz gut, muss ich sagen. So, the question was, if Michi, or how satisfied she is with her season actual. So, there were, I think, 10 races, 5 times you didn't see the finish line. Of course, she isn't very happy about that. But the most important thing is that 2013 is over and 2014 has just started. And let's forget about the last year and just focus on this year. And, yeah, it began very well. So, today in the second place in Altenmarkt, Sauchensee. And maybe the next good results on Tuesday. Next question from Marco. Will Michi come to Cortina next week? No, I won't. I will go for training in Pinterreid, just make some cheers tests, new skis, new boots, and, yeah, that's the next focus then. Okay, new skis and new boots? Just try, if maybe there's something better. Okay, maybe you can tell us what can be better. Just let's focus on the boots, okay? It's much more difficult stuff. Okay, I'm trying to translate. Or, let's make it a little bit more easier. What is not perfect at the moment when you think about your skiing boots? At the moment I ski with the old boots, it's three years old now, and I changed at Bormir, before Bormir, the new, at the old one, because the new one is good. I mean, it was not bad at the first parts of the season, but when I came to, in extreme situations, something doesn't work, and it's not really a technical thing, and it's not a material. Some kind of, just feeling it, that it's not perfect? Yeah, and so I have to make just really, really small things, because the boot is really, really difficult, and it's the connection from the body to the ski, or to the snow, and that's the most important stuff for us skiers. So, it's, yeah, just small things. So, wish you all the best for next week, Marco, as you heard. Sorry for that, not in Cortina, but, what is the next after Cortina? Garmisch, I won't be there. So, after the race on Tuesday in Flachau. Two weeks break of World Cup races, but I will do the Europa Cup races in Kirchberg, they are Monday, Tuesday, I think, 20th and 21st. Tirol? Yes. Okay, on the Gaisberg? I think so, I don't know. Yeah. I don't know exactly, but I think so, and then, next races for me in World Cup will be Maribor win their Aces now. Okay, so, Marco, the chance for you, either you come to Kirchberg or to Maribor. Next question, Michi, how did you become part of the Milka K-Stars? I think they get an information that they really love Stockland, and so maybe that's the point. Okay, when was that? I think it's now eight years, eight years that I am allowed to be on a pretty, pretty awesome team with pretty nice teammates, and lots of chocolate. When talking about chocolate, what's your favorite chocolate? The gefüllte Alpenmilchgrim. The gefüllte Alpenmilchgrim. The gefüllte Alpenmilchgrim. So, okay. It's a fruit milkgrim, Able. Yes? Yeah. Okay. Yes, it's a fruit. So, let's see for the next question. By the way, it's not just possible to ask questions. It's also possible that you have to say that you can send us your wish for a sign or an autograph of Michi. Michi will just sign it here, write your name on it, just tell us what you want, and she writes it on it, and then the Milka team will send it to you. So that's also possible. Also, wenn ihr daheim unbedingt ein Autogramm haben wollt von der Michi, dann einfach uns schreiben. Michi wird es hier unterschreiben und das Milka-Team wird es dann euch direkt zusenden. Schauen wir, welche Fragen noch hereinkommen. Dann, next question from Vienna, aus Wien, Martin, schönen guten Abend. Hallo. Er fragt, hast du oder hattest du ein großes sportliches Vorbild? Also, für mich war immer die Renate Götzschl ein Vorbild bei der Konstanz über allen Disziplinen, die sie gehabt hat, zu der Zeit, wie ich jung war, also Ski-Fahrer jung. Und das war dann faszinierend, wie ich mein erstes Weltcup-Rennen gefahren bin, bin ich dann neben der Renate zum Sitzen gekommen und das war richtig cool, vor allem so, nicht laut schlafen, das ist die Renate Götzschl. Und da war wirklich eine Ehrfurcht daneben, weil das war wirklich eine geschwitzende Hände neben mir zu sitzen und das war für mich immer faszinierend und die hat mich immer so getaubt, einfach mit den Interviews und die Aggressivität, was sie mich reingelegt hat, das war für mich richtig, das war gut. So, Michi just told us, her biggest idol was Renate Götzschl, also a former Austrian Ski-Racer and there was one situation she told us about, how old have you been? 16. Michi was just 16 years old, sitting next to Renate Götzschl, had problems with breathing, was sweating and, yeah. Pretty much the same like now. Really? I'm not Renate Götzschl, I'm just Lukas, okay? Okay. And I'm not good in skiing. But it will get better, I tell you. Okay, okay. We just have, we have 40 minutes left and what's another thing we are very happy about is that actually we are talking to thousand people watching us at the moment. Cool. Dankeschön. Vielen Dank an dieser Stelle. Es geht noch weiter und wir warten auf eure Fragen, we are waiting for your questions. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Wien, so Martin, haben wir schon gehabt. Let's greet to Vienna. Let's see. Ah. Michi, can you send me an autograph and also for my brother? Laura. I think we can make this. I think it was David. Just one question. Laura wanted to have an autograph for her and David, her brother. Okay. Okay. So that's for Laura. 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 Laura wünscht sich also ein Autogramm für sich und für ihren Bruder David. Oh, jeder bekommt eines einzeln. So Laura, you get one. That's yours. And your brother. What are you thinking about? What are you thinking about? Okay. So for Laura, all the best. We will keep it here. That's the first one. Laura, you will receive it in the next days and also your brother. David, that's for you. David. Also die ersten Autogramm-Wünsche sind schon erfüllt. Next question. Michi, what do you do the evening before a race? So yeah, yesterday in the evening, what have you been doing? It was not my question. Yesterday I went to bed pretty early because I was tired. Normally I'm just reading a few sides in the book or watching a movie and then go to bed 10, 10.30 PM. Yesterday it was 9 o'clock. Okay. Yeah. Which movies do you like? Funny things or action horror things? Love things. Just romantic stuff. Really? Yeah. So when you're watching that… I'm watching Rosamund der Pilcher. Really? Yes. Yes. Oh my God. Yes, it's no problem for me. I love the other landscape. Of course. What else? So just imagine that situation when you watch Rosamund der Pilcher film, movie. Did it ever happen that you were crying during the film, during the movie? No. Because of the beautiful landscape? No. That's… I just cried at the movie Sissy. Okay. It's my favorite movie. Every girl wants to be like her. So you too? Yeah. Sissy is just the favorite of, I think, everyone. Okay. Okay. Tief erschüttert. No, no. Just watching for the next question. Ich schau nur, welche Fragen wir als nächstes haben. So. Simone ist die nächste. Sie möchte gerne wissen, ob man es beim Start hört, wenn einen das Publikum anfeuert und welches Gefühl man dabei hat? Also es ist in Österreich, oder es hängt immer darauf an, wo man ist und welche Disziplin man hat. Also es ist zum Beispiel in Lienz hört man vom Planum alles und vom Riesenthal auf nichts und am Semmering hörst du vom Riesenthal auf auch alles. Und es ist in Österreich immer so, da gibt es ein Lied, meistens das du, 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 wenn er Österreicherin fährt. Really? Okay, okay. Außer jetzt in Sauchensee. Okay. Aber. I'm just thinking what kind of song is it. Ich glaube guter ist es. Ah, Maria. Ja. Ja, genau. Das spielen sie immer. Und ich war speziell bei der WM, bin ich im Stathaus gestanden und hab gewusst, so, jetzt muss dann gleich ins Lidl kommen. Du, du, du. Okay, passt. Stecken zusammengeklatscht, weil jetzt habe ich gewusst, jetzt haben sie mich angekündigt, vier und dann bin ich gefahren. Also man hat dann schon so ein bisschen, bei den Österreicherinnen weiß man dann schon, was irgendwie man erwartet oder was man hören kann oder soll. dann hört man das gerne. So, just one of the most important thing in English, at the ski races in Austria. Michi just told us there is one special song, it's Maria from Scooter. If you know him and most of the time when she is racing, this song is played and when she hears that, she knows, okay, just one minute to go, I have to fix my things and let's race. Wir haben gerade gesprochen über das Publikum, wenn du das hörst, ist das für dich etwas, was dich noch nervöser macht oder was dich positiv motiviert? Es motiviert mich eigentlich schon mehr positiv. Es ist teilweise so, dass man zwar die Lautstärke hört und teilweise ist es so, dass man wirklich jedes Wort von den Moderatoren versteht. Und dann natürlich ist es, wenn man vorne ist, hilfreich bei der Zwischenzeit, dass man hört, so, ja, super, du bist vorne, gib Beine, gib Gas. Und wenn man dann hört, so, ui, sie hat schon vorne, dann denkst du so, uff, okay. Und dann probierst du noch mehr zu attackieren. Und das ist dann meistens blöd, weil dann machst du einen Fehler, weil im Endeffekt kannst du ja nicht mehr attackieren, weil du musst ja von Haus aus attackieren. Und wenn du dann noch einen Fehler mehr attackieren würdest, würde es dir vorher quasi noch abgefahren. Und das ist ja auch nicht so. Das sind die Sachen. So, Michi just told us during the race, of course, she is the crowd, she is the speaker, the announcer, and, yeah, she told us that she really understands what they are talking about and it gives her motivation, if they tell her, okay, Michi, you are leading, and the other way, if they are saying, okay, Michi, you are behind, there is a lot to do for you, so not really positive. Okay, I will write that down for the next race, when I will announce something. Don't tell her that she is behind. Nice. Okay. Danny. Danny. Hi, Danny. Great race. Thank you. Do you like Zauchensee? I really love Zauchensee. I got my first Austrian championship medal, gold medal, here in Downhill, 2002. And that was, it's really, it's, yeah, it's near from my hometown here, and it's just, I like it because it's pretty technical here, it's super G and downhill, and it's not that fast, maybe that's the perfect downhill for me. What's your favorite track? My favorite track is Flachau. It's just a nice slope, it's pretty, pretty awesome audience, and it's just fun to race there, it was not always the best results for me there, but you should give every race the chance to be the best, so this season. Why not on Tuesday? Yeah, we will see. Yeah. Hope you're watching the night race in Flachau. Also, we are sitting in Flachau at the moment, and if we would look out of the window, maybe we could see the so-called Hermannmeyer World Cup track. So that's the track for Tuesday. Next question, your favorite place for skiing and which ski resort you love most of all after your home, besides Filsmoos? It's really incredible, the ski resort in the French Alps, Courchevel, Marybeth, that's so wide, that's really, I don't think you can ski all the slopes in, I think, four days. It's not possible, it's so big and it's, yeah, it's cool there. Next question, besides the sport and the races, do you have time to relax during the season? I have time, it's not that much, but when I have, I really like to relax, like reading a book. Love books? No, there's always thrillers. Really? Yeah. Okay, well, can you, can you tell us one book you read in the last weeks, months? The Kurtzichickskiller. Okay. Nearly the same as Rosamundepilch. No, no, not really the same, but I like it when I read, just to have my own feeling, pictures, and I can really make my own movie in my head, and besides, when I'm watching a movie like a thriller, I was always, I'm really scared, so I can, I just watched Scream, one, and then it was, it was horrible. It was no chance for being into a horror film again, so yeah, it's not mine. Auch die nächste Frage zielt ab auf dieses Thema. Liebe Michi, drück dir die Daumen für Olympia und alle anderen Rennen. Dankeschön. Hast du neben dem Sport Zeit und oder Lust für Konzerte, Theater oder Kino? Kino, haben wir schon gehört? Also, ich habe schon Zeit für, oder hätte schon Zeit für so Sachen, nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich genieße es, wenn da nochmal Zeit ist, die Ruhe zu haben, zu Hause mit den Freunden einen Kaffee zu trinken oder zu Hause wirklich gut essen zu gehen und einfach zu Hause zu sein. Also, wir sind dann wirklich so viel unterwegs, dass ich echt genieße den Bahn, den ich seit 30 Jahren kenn, beim Vorbeigehen einfach, da merke ich einfach, da kriege ich einfach wieder viel mehr Kraft, wenn ich die Zeit dahin richtig genießen kann. So, we were just talking about her, what gives her power, motivation, it's just simple mit der Familie zu Hause zu sein, die schönsten Umstände von Friedsmoes. Es gibt eine ähnliche Unterhoch-Arm. Du kannst auch da gehen, indem du mit dem Haufen gehst. Ja. So, hast du das immer gemacht? Ja. Ich habe das ein paar Mal gemacht, immer mit den Gästen, weil meine Eltern haben in den Haufen gehst. Und wir gehen da und haben ein Dinner da. Es ist einfach Spaß da. Okay. Und trinken wir ein bisschen heißer Zucker. Ja, natürlich. Okay, nächste Frage. Philipp Portas. Guten Abend und hallo, Philipp. Er möchte wissen, was ist dein Geheimnis, um immer zu schüren und zu sehen, dass es so glücklich ist. Es ist einfach so, dass ich den Job mache, und es gibt viel einfache Dinge, was passiert. Es gibt viel einfache Dinge, was passiert. Es gibt viel einfache Dinge. Es gibt viel einfache, wenn du gesund bist, alles zu tun, weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du das Problem für dich selbst lösen kannst. Und ich denke, die Probleme wir haben, sind alle ... Ich spiele jetzt. Wiespa? Es ist möglich zu lösen. Danke schön. Und so, es ist einfach für mich, dass du lustig und Spaß lieben kannst. Ja. Und jetzt ist es halftime. Halbzeit. Halb neun. Und was uns sehr, sehr freut, wir haben im Moment über 2000 Fans, die uns schon zuschauen. Super, ich freue mich. Ich freue mich. Wir sind glücklich zu sprechen mit mehr als 2000 Menschen, die uns auf dem Moment sehen. Just keep on writing you your questions in English or German, oder whatever you want. And of course, we have some more autograph cards left. So just tell us your wishes. When talking about you as a person who is funny most of the time, smiling, I think every person also has or needs time where he can be different. And it's normaler Ausgleichs. Are there any situations where you are not happy or let's say where you are angry or something like that? Of course there are, but it's really, really countable on two hands. And it's when it's not always just, my life is not only just me. And I think that's the most important thing for me, that I know it's not just only skiing. There's so much more and I really can love about so much things, but I really can be angry or can be really sad in that much intention I am be happy. And I think it's just my way to give my feelings for all because when I just put it in myself, I will be broken sometimes or anytime. Michi, can you ride or are you able to ride a snowboard? No, I'm not. I've never tried. Really? Never? No. Not once? No. Okay. Okay. Are you interested to learn it anytime? Maybe after my career because I've heard that it's really dangerous for the knees and I don't have the youngest knees so maybe in a few years I could try. Okay. Mario writes the next question. If you have the possibility, would you like to race a downhill in Kitzbühel? No. Why not? Because I'm not crazy. Okay. So the guys… I'm sure about all my life and I want to really stand up the next morning. Yeah. They are really crazy. I mean if you as a world best skier says they are crazy, what is so crazy about Kitzbühel? Maybe you can explain that. It's crazy. I mean when I would go down, I would go down with 50 km per hour. They go down with 140 km per hour in maybe really small spots and just long ways and then two minutes just of bumps and everything. I mean they are just crazy. But maybe you have to be, I don't know. From Kitzbühel we come to Vienna. Back again. From Kitzbühel kommen wir nach Wien. What do you think about skiing in Vienna at Schönbrunn Castle? There should be a World Cup race in the next years maybe. In the middle of Vienna. Thumbs up. Thumbs up. That would be the greatest thing I think we can have in the World Cup. We see it always in Munich and that's pretty great there. But it's not Austria. And we just have the greatest fans there. And especially in Vienna there are really, really big fans. And also the view, it's great there from the Gloriot. And I think to have a race in the city of Vienna would be really, really the best one we could have. Next question or furthermore, next, ask for an autograph. Autogram. Could I have two autographs please? One for Monika and one for me, Florian. Schönen guten Abend. Nice evening from Flachhaus Salzburg, Austria. Michi is just writing to you. So, one for Monika and one for Florian. Mach muis. Einmal. Is it Monika? Florian amoksobka? Yes. One for Florian and one for Monika. This is going to be with you, Florian, in the next days. And also for Monika. Michi, have you felt that it will be such an amazing day for you this morning? No. No. Okay, simple answer. Definitely. No. No, I don't. I mean, I feel good. Yeah. But I knew that I really need a great Super G. And before today, I never finished a Super G at this slope. I just finished the downhill, but never the Super G. And so, I really want to go to the finish. I mean, of course. I always want to. Yeah. But it's not always the easiest way done. And after the Super G, I was really, or before the Super G, I was really want to go for it. And after the Super G, of course, I really knew I had a chance to go on the podium with a perfect slalom. But after the slalom, I really was thinking that's not enough. But I really get surprised and it's cool. Yeah. Hast du eigentlich einen Glücksbringer, will der Markus wissen, oder ähnliches, bei den Rennen? Bei den Rennen, also ich habe immer meine Kette mit. Das ist ein Kreuz mit Steinen drin, das habe ich bei der Oma bekommen, die quasi gestorben ist. Und das hat mein Onkel, der Paar ist, geweiht und das ist immer dabei. Und somit fährt die Oma immer mit und schaut auf mich um und verheirert wahrscheinlich auch. Das ist das, das trägst du auch wirklich bei den Trainerinnen. Das habe ich immer noch. Also das ist ganz selten, dass es ein Runden ist, wenn dann aus Schmuck bünden, dann es nicht zum Auto passt. Next question, again in English. Michi, in which disciplines do you race in Sochi? Is this already fixed? It's not fixed. It will be fixed in the next ten days, I think. I hope that I have two starts for fixed and maybe a third one, but it will also depend if you have the qualification for the GS or not. But I hope Combined and Slalom will be fixed now and yeah, we will see. Okay, you have a big fan club also today in Altmarkt Sauchensee. There were many people from Filsmoes in the region. How important are they for you? It's really important. I mean, it's not always easy to have time after the race for them. But it's good to have the feeling that they are there and they really cheer for you and not just for all, but really especially for you. And they really gave me also really much strength. Where do you like to spend your summer holiday? I spent my last three holidays in Croatia with sailing and I really think it will be the same next year. Really? Yeah, it's great. It's really good. Okay, so what are the things you like when sailing in Croatia? No morning week, no telephone, no emails, no mobiles, no messages. Just being alone at sea, having the sun and yeah, having holidays. Doing nothing. Okay, so and you're thinking about, if you think about your next summer holidays, it will be Croatia you think? I think. We are six people there and all the six people wants to go sailing again, so I think. Very interesting question. What were your plans instead of skiing? Years ago, did you have a plan B? No. I never had a plan B. It was just, with six years I just want to go to Ski-Obschule Schlamming and I just stayed there. I want to be a professional ski racer and for me it was always going like this. The way is always going, was going up and I never had to ask myself for a plan B. So, I really don't know. Do you think to have no plan B is the only way? So, let's say if you just have one way you think about and you have just one way and one wish, you just can reach it if it's like that? It could be, I mean it depends from every person but in my way, from my personal way, maybe it was better because there was a time when it was not that easy. It's four years ago and I really asked, should I really quit or should I not? and then I asked myself and I really didn't know what I should do or so and I said no. For me it couldn't be much more than Ski-Obschule Schlamming so it has to be and it has to come more. And I did good I think. Last season the medal, so the two medals and maybe that's a good one. Talking about the silver medal in Slarum in the world championships in Schlamming, big, big day. And if you think about that one race, that one day, now, which feelings, which pictures come into your mind? Just great emotions, emotions and just, yeah, it's getting warm everywhere. It's just, it was so awesome and it's, I don't can get really, I don't can get any worse. It's just the feeling I had, it's incredible and I just have to wish that I really get this feeling. Benno is the next. Er würde gerne wissen, oder er schreibt vielmehr, wir hoffen alle, dass du noch viele Jahre im Weltcup mit dabei bist, aber hast du auch, aber hast du mich auch Präne für die Zeit danach, nach deiner Karriere? Denkst du jetzt schon drüber nach? Ab und zu denke ich schon drüber nach, es kommt einfach immer drauf an, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, sonst ist man schon mehr im Aufhören, als wir weiter machen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich da nochmal aufhöre, hätte ich doch ganz gern gleich einmal eine Familie, weil es ist ja, ja, ich hätte dann doch immer also die Jüngste und würde doch ganz gerne eine jüngere Mutter sein und danach schauen, was sich so äußert mit der Jüngste? Um, you were answering in German, so I just translate into English, the most important things. Um, of course, Michi is thinking about what is there after the ski races and she already knows that yes, there should be a family, there should be kids? Yes. How many? Well, three, four. Really? Yeah. Boys, girls, both? Both. Yeah. Okay. Also, are you already thinking about names of the kids? No. Okay. So that would be too much. But that would be too much. Okay. It's too much for the future. There's the border. Okay. Kids, but no names yet. Okay. Um, we were talking about Backerbsemsuppe already. Um, what's your favorite meal? Um, traditional Austrian kitchen? Schweine Rippel. Okay. Schweine, Schweine Rippel. Backerbsemsuppe. Yes. Of course. Really? Yeah. And I really like how to cook it by myself. And, uh, I really love it when you go into the bone and it's just making one bite and you have the bone in the hand. And it's perfect. You're able to cook it like that? Yeah. Okay. Mine are the perfect one. My mother says she couldn't do it better. That's really good. Okay. Um. You don't believe it, huh? No, you never invited me to eat Backerbsems. That's your point. So, that's an invitation now. Um, okay. Okay. Can I have this written down here, please? And I'm searching for the next question. Okay, if you also want to get an invitation, just write us. Maybe, uh, Michi will do that for you. Okay? Um. Maybe. 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 Maybe I'm going to see you for the next question. Okay. If you have heard of you, maybe. And I'm here, um, Simon wants to, . , , , , , who wants to know who I was thinking about this interview the whole day. und ich dachte, okay, Michi ist da, es wird lustig sein. Das ist die Sache, ich lache mit dir. Ich muss dir sagen, dass ich das nicht. Nicht jeder Weltklasse-Sportmann oder Frau ist ein Stunde able to talk about Schweizer. So, danke für das. Und ich denke, es ist nicht nur ich der das admires. Okay. Concentrate, Michi. Kommt runter. Simon, okay? Simon, on the line there. Hi, Simon. Simon, es ist nur deine Frage an dem Moment. Kannst du uns, Michi, über das lustigste Sache in deinem Leben das war verbunden mit der Scheme? Funny Sache. The funny or the stupid thing? Maybe the stupid is the funny. or let's say one special thing not concerning results or podiums. Yeah, there is one thing and it was at the World, not the World Champions, the World Champions, three years ago at Slalom. and we did the inspection and then a teammate came to me and said, oh, have you seen the hairpin and the next gate? It's pretty dangerous to go the wrong way. I said, it's a much space there and it's no problem. yeah, there's one disqualification in the second run and it's me so it was exactly at this hairpin and I got the wrong way so where was it? in the case okay okay yeah eine Frage die ähnlich is one question which is similar to that what was the most emotional moment in your life so not just in sports the most emotional moment was after my second gold medal in championships at the Austrian championships my sister called me and she told me that she's pregnant and she's getting a girl and everything is good and she wants to have me as Gotti and that's one of the most emotional moments in my life it was pretty cool I'm very sorry that I cannot translate Godi in English but you can you can google it of course yes it's written like Godi if you just type in G-O-D-E maybe you find a translation and can write this right what was the most beautiful moment in your career the schönste moment in Danica it's that simple that's the silver medal last season in Schlappning it was my first individual medal and it's I really worked hard for it I have to wait for a long time but the most special thing for them for this medal is really to get it in Austria and that's yeah it was just awesome Könnte ich bitte ein Autogramm von dir haben fragt Thomas liebe Grüße Thomas gerne schön jawohl gerne schön Entschuldigung there are just nine minutes left and we already received a translation from Godi it's Godmother Chiara Abramica was helping me at that moment or helping us Thomas das ist für dich ist am weg zu dir und hoffentlich findest du ein schönes Platzl dafür Perfekt apropos Platzl wo stehen deine Pokale where are your prices and medals die stehen alle zu Hause im Stiegenaufgang und die Mama tut es abgestattet okay das ist ältere haben wir sie Hanna möchte gerne wissen wer ist deine beste Freundin im Skizirkus das ist die Anna Fenninger also ich kenne mir eine andere wirklich gut aus wenn wir gemeinsam sind immer also wenn eben Riesentorff ist oder so wie da jetzt bei der Kompilation sind wir gemeinsam im Zimmer wir verstehen uns recht gut das ist auch sehr wichtig dass man voranrennen einfach sie nicht stört oder sie nicht irgendwie wirklich anders verhalten muss als man es gerne hätte weil einfach sind es die Kollegen im Bezug stört oder man streit nach unten und die Anna und ich kennen sehr viel nach miteinander und das ist für uns beide sehr wichtig vielleicht blicken wir auch ein bisschen hinter die Kulissen ist es eigentlich so dass im Skizirkus immer in Doppelzimmern geschlafen wird oder gibt es schon Einzelzimmer doch es gibt schon Einzelzimmer ich hab's also wenn jetzt ein Spezialzimmer ist und die Anna nicht dabei ist dann hätte ich schon gern einfach mein Einzelzimmer nicht weil ich mit den Mädels nicht auskomme sondern weil die Abläufe in der Früh rausstehen und das alles nicht wirklich zusammen passt und in der Früh auf halber spannende schlafen oder nicht schlafen entscheidet doch schon mal über ein gewisses Lächeln Da wären wir schon bei der nächsten Frage dass du vielleicht auch in Richtung Lächeln beantworten wirst Lisa möchte nämlich wissen hast du ein Lebensmotto Ich beginne jeden Tag mit einem Lächeln weil es einfach wie vorher gesagt es gibt wirklich Dinge die sind bei weitem nicht so schlimm als immer ausschaut und vor allem wenn man einfach gesund ist kann man alles ändern kann man alles machen und es gibt einfach so viel traurige Sachen und die passieren sowieso und da muss man dann eh traurig sein und warum wenn es eigentlich auch gut geht im ganzen Tag myrischen kantig um und um gehen das kann man genauso mit dem Lächeln bekommen Apropos Lächeln auf milkerskistars.com slash games of tenderness das ist das aktuelle Internetprojekt von Milka da könnt ihr jedem Milker Skistar auch Michi Kirchkasser Energie schicken einfach reinschauen bleibt so vielleicht kommt etwas milkerskistars.com so you can just have a look at milkerskistars.com slash games of tenderness and send your energy to Michi or one of the other milkerskistars Michi are you interested in other winter sports than skiing I watch it on television yeah so ski jumping okay and piathlon that's really cool okay next question from Sandor Boswari that sounds Hungarian or do you know him really you can talk to okay the next 20 seconds are just for you okay so you know your fans but by name or you know everybody or why do you know I know because he has a special name it's there are not really much fans from the I don't know abroad not from Austria yeah and I mean it's it's cool and I really lucky to know if there are new ones and a lot of us then yeah a few more much more and it's cool Sandra wants to know what are your feelings directly after the finish line in direction okay so very special wish for an autograph I never thought that Lara Good is asking for an autograph of you but Lara writes can you send me an autograph all the best in the future it's just Lara maybe not Lara Good but we will just write Lara okay because we are not sure but is Lara what do you think about her she's a great person she's also funny and pretty similar than me with speaking always speaking yes she's a great skier but I think the most important thing that she's a great person okay so as we have just three four five minutes left three questions first of one what's your favorite place in Filsmos it's the Almsee it's pretty cool there it's just silence and the mountains it's my place Chris würde gerne wissen wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf das haben wir schon einmal gesagt kannst du aber gerne wiederholen Wie schaut es mit den sportlichen Zielen für die restliche Saison aus die restlichen Ziele sind natürlich weiterzumachen wo ich die letzten zwei Rennen aufgehört habe wirklich gute Skifahren dann passen auch die ergebnisse Und der bisherige Saisonverlauf war eher früh als früh und das werden wir einfach jetzt besser machen, damit die Saison noch wieder. Okay, one question is left, no, two questions. What do you think about Tina Maases record season last year? That was great, it was awesome in all disciplines and so much gloves and I think she really did a record for history. So, very impressed about Tina Maase. What are your expectations for the Olympics in Sochi? Was erwartest du dir von der Olympiade? Beginnt am 4. Februar. Oder bevor wir über die Ziele sprechen, hast du dir ganz ehrlich schon angeschaut, wann der Slalom, wann die Superkombination stattfindet? Ich habe mir angeschaut, wann die Superkombination ist und ich habe mir angeschaut, wann der Slalom ist. Hast du dir angesehen, wann der Riesentoller ist? Habe ich mir auch angesehen, aber nicht in letzter Zeit, sondern vorher. Okay. Aber es ist so, dass die Kombination am 10. Februar ist und ich mich schon sehr darauf freue. Und natürlich, wenn man eben bei den Olympischen Spielen ist, nachdem es heute so gut funktioniert hat, ist das natürlich jetzt unterstrichen. Ich hätte gerne eine Medaille gehabt, es muss natürlich alles zusammen passen und gut für mich laufen. Das Bild der Glück gehört auch dazu. Also man muss nicht nur die Skifahrer schon gut erwischen. Es ist halt wirklich so, dass das Bild gehört auch dazu. Ich bekomme gerade die Information, wir haben 2.500 Zuschauer im Moment. Das macht uns sehr, sehr, sehr glücklich. Danke für das. Danke für das. Danke für uns zu sein. Wir haben nur 2 Minuten left. Und eine Frage. Let's see. Hallo Michaela. Mit wie vielen Jahren hast du zu Skifahren begonnen? Mit zweieinhalb Jahren bin ich auf den Skistunden und bin am Ende der Woche eine schwarze Teste runtergefallen. Ja? Mhm. Zweieinhalb? Mhm. Da gibt es ja bei jeder Skigruppe, bei dem Skikurs auch immer so einen Gruppenspruch. Ist da da noch irgendeiner in Erinnerung? Ich bin ja mit der Mama gefallen. Die Mama hat keine Sprüche gehabt, die hat nur ein perfekter Ripperl gemacht. Genau. Okay. Wie motivierst du dich, wenn du einen Tag mal keinen Bock hast zu trainieren? Tipps wären voll cool. Ja, wenn man mal wirklich keinen Bock hat zu trainieren, dann wird es auch richtig schwierig mit Motivieren. Da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich selber selten ein Geheimrezept gefunden. Aber ich mache dann Sachen, die gleich ganz klappab beanspruchen. Also dann nicht jetzt wirklich nur Bizeps-Training oder Streckertraining, sondern man macht dann wirklich Sachen, die gleich auf den ganzen Körper gehen. Somit kann man nämlich die Trainingszeit ein bisschen reduzieren und dann geht es dann auch besser. Kein Verraten. Wir schauen auf die Uhr und sehen, es ist zwei nach neun und die Zeit ist so, wie wir das gesagt haben, ziemlich schnell. Vergangen kommt mir vor. War aber sehr lustig, war wirklich sehr interessant. Ich fand sehr viele Fragen bei euch, die wirklich cool waren. Pretty much interesting questions from your side. And that's just being fun to answer it. And it was also fun making with you, so. Thank you. Thank you. The only thing which I have in mind from this hour is we have the invitation here on paper. Yes, guys. So there is also one invitation for you. We would like to see you or we would be happy if you are joining us on the 18th of January. We are talking then with Elena Cortoni. It's the next Saturday. We are there in Cortina. So the next Milka live chat will be with Elena Cortoni. That was the Milka live chat with Michi Kirchgasser. Michi, we wish you all the best for Tuesday. Thank you very much. The race in Blachau. We will cross the fingers for you. Thank you. I wish you all the best for your voice. Was it that bad? No, it was not that bad. And for you all the best. Also have great days and have much fun and always stay healthy. So nice greetings from Austria. Have a nice evening and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.